Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge eines Videos in der Reihe Digitale Lehre. Mein Name ist Alexander Lasch, ich bin Universitätsprofessor für Gabenländische Linguistik und Sprachgeschichte einer Technischen Universität in Dresden. In der Reihe waren bisher eher einzelne Bausteine aufgenommen zu asynchronen und synchronen Formaten und auch zwei Interviews mit Studierenden-Feedbacks. Und heute würde ich mich gerne dem digital gestützten Seminar zuwenden und Ihnen ganz gerne meine Tools vorstellen, mit denen ich arbeiten möchte, mit denen ich bisher gearbeitet habe. Und zum anderen, wie man so ein Seminar unter idealen Bedingungen im digitalen Kontext aufbaut, auch zur Vorbereitung auf das Wintersemester und das, was uns alle da erwartet. Vielleicht ganz kurz noch einmal das, was ich bisher hier entwickelt habe, nämlich, dass man einzelne Bestandteile präsentiert und irgendwie in einem Lehrveranstaltungskontext einbettet. Ein wichtiges Element fehlt an dieser Stelle noch, nämlich das kollaborative Arbeiten, die Tools zum kollaborativen Arbeiten. Darauf werde ich ganz kurz heute auch zu sprechen kommen. Also Input-Videos und Audio-Input für die asynchrone Wissensvermittlung, der Chat- und die Videokonferenz für synchrone Formate im Kontext der Lehre. So, wie könnte ein Seminar idealerweise aufgebaut sein? Hier sehen Sie den zeitlichen Verlauf über das gesamte Semester. Und wie an anderer Stelle schon gesagt, ist es in diesen digitalen Lehrformaten sehr wichtig, dass Sie klare Lernziele vom Ende her definieren und auch Studierende mit in die Lernzieldefinition einbeziehen. Neben der thematischen Ausrichtung Ihres Seminars ist es im Moment und im Kontext der akademischen Ausbildung nicht unwesentlich, dass Studierende in den Seminaren auch sich in technische Aspekte einarbeiten können. Das heißt zum Beispiel bestimmte digitale Präsentationstechniken einüben, die Sie im Seminar möglicherweise erheben oder vorgeben und den Studierenden dann eine Handvoll Präsentationstechniken einräumen und diese dann bei der Präsentation und bei der Vorbereitung dementsprechend unterstützen. Das kommt zusätzlich hinzu. Sie sehen also, wir haben eine Inputphase und wir haben eine Präsentationsphase am Schluss. Und für die Input- und für die Präsentationsphase am Schluss kann man einen idealtypischen Ablauf einer Seminarsitzung skizzieren. Für die Erarbeitungsphase und die Erarbeitungsphase für die Einübung in digitale Präsentationstechniken würde man dann flexibler einem spezifischen Teil aus diesem Circle, den ich Ihnen gleich vorstellen werde, herausgreifen und dann Primärsätzen für diese Erarbeitungsphasen. Zunächst eine Seminarsitzung hat 90 Minuten. Wir alle haben die Hoffnung, dass wir in unseren zeitlichen Slots die Seminare platzieren können. Und ein Großteil der Seminardiskussion sollte der Interaktion und Organisation von Interaktionen gewidmet sein. Allerdings werden wir für diese erste Phase im Seminar, das heißt den thematischen, methodischen Input und für die Präsentationsphase ganz am Schluss Input vorbereiten müssen und zwar auf Audio- oder Video-Basis. Und dieser thematische Input sollte asynchron bereitgestellt werden. Das heißt, dass man diesen Input vorproduziert und dann in Video- oder Audioform den Studierenden zur Verfügung stellt. Und jetzt das Besondere gemeinsam im Seminar anschaut. Das heißt, Sie können und sollten nicht davon ausgehen, dass Studierende neben der Lehrveranstaltungszeit zusätzlich noch Zeit investieren können, um von 20, 25 Lehrveranstaltungen sich noch zusätzlich 20 bis 25 Input-Videos oder Audio-Kommentare zusätzlich anzuhören. Sondern Sie sollten im Seminar die Möglichkeit geben, den Audio- oder Video-Input im Seminar-Slot, zeitlichen Slot nachzuverfolgen und parallel dazu synchron zum Beispiel in einer Messenger-Gruppe zu chatten oder in einer Videokonferenz-Situation, in der Sie das Video abspielen, zum Beispiel mit BigBlueButton, dort den Chat für Fragen und Kommunikation zu öffnen. Dann der zweite Teil, 40 Minuten Input, habe ich hier für das Seminar gewählt. Orientieren Sie sich vielleicht an der empfohlenen Einteilung, also 2 mal 20, 1 mal 40. Und der zweite große Teil dieses Seminars sollte auf Interaktion und Organisation fallen. Diese Organisation wird vor allen Dingen am Anfang des Semesters breiteren Raum einnehmen müssen, wenn Sie zum Beispiel Studierende in Kleingruppen einteilen, in denen dann Erarbeitungsphasen stattfinden. Sie können die Kleingruppen gerne benennen. Hier gibt es, also mein Kollege Simon Mayer-Viehacker an der Nachbarprofessur, hat hier, ich glaube, Pflanzennamen oder Gemüsenamen eingeführt, also Gruppe Tomate, Gruppe Birne. Andere führen Haustüre auf, lassen sich was Schönes einfallen, Studierende scheinen das zu mögen. Wie dem auch sei, also teilen Sie Kleingruppen ein und gehen Sie dann in die Interaktionsphasen, um bestimmte Themen aus dem Input zu besprechen und eine strukturierte Diskussion zu führen, die Sie zum Beispiel mit einer Arbeitsaufgabe einleiten können. Das Zweite ist, dass dieser Interaktionsteil im mittleren Teil des Seminars, das heißt dort, wo die thematische Erarbeitung in Kleingruppen stattfindet und die Einübung in digitale Präsentationstechniken auf der anderen Seite, dass Sie hier nur als Lehrende, nur noch als ModeratorInnen zur Verfügung stehen, um diese Erarbeitungsprozesse zu steuern, anzuleiten und zu strukturieren und dann eine thematische Inputphase entfällt, sodass dieser Interaktionsteil den Großteil der Seminarsitzung einnehmen wird. Geben Sie Studierenden in jeder Seminarsitzung circa fünf Minuten zur Verfügung, um über Aufbau, Struktur, Aufgaben, die Wahl der Werkzeuge und Probleme zu diskutieren mit Ihnen, um dann möglicherweise ein Toolset zurechtzuschneiden, was der Studierendengruppe am besten geeignet scheint. Hier gilt es immer darum, in der ersten Seminarphase ein wenig auszuprobieren und sich mit den Studierenden auf Alternativen festzulegen. Und am Schluss tatsächlich, wenn Sie dieses Feedback haben, das können Sie auch anonym realisieren, zum Beispiel mit einem anonymen Feedback-Formular, würde ich Ihnen dazu raten, noch fünf Minuten einzuplanen für allfällige Informationen, Informationen zu den Prüfungsleistungen und vor allen Dingen zum weiteren Fortgang des Semesters und dazu, wie Sie im Moment die Lage einschätzen, im Seminar, in Lehrveranstaltungen, in Ihrem Institut, in Ihrer Fakultät, an Ihrer Universität und so weiter. Um das Ganze mit Tools zu unterfüttern, der Input, dazu sage ich jetzt nicht mehr viel, das können Sie machen mit einem Video via OBS oder Loom. Sie können das in Sachsen, also an der TU Dresden, höchstwahrscheinlich auf dem Video Kompost Sachsen, oder Magma, das ist im Moment noch der aktive Hosting-Dienst der TU Dresden. Favorisieren würde ich indes ein nicht gelistetes Video auf YouTube. Warum? Zum einen ist es so, dass Sie diese Videos überall verlinken und einbetten können, zum anderen ist es so, dass Sie eine zentrale Landingpage haben für alle Ihre Inhalte, die Sie im Netz präsentieren und von dort aus weiter verteilen können. Audiokommentare zu PowerPoint-Präsentationen hatte ich favorisiert mit Outer City, mit einer separaten MP3-Spur. Neu ist an der TU Dresden, dass Sie die Web-CMS der TU, also vielen Dank noch einmal für die Implementierung an das Plone-Team, als MP3-Boxen einbetten können auf Ihren Webseiten und dann zusammen mit dem PDF eine sehr gute Kombinationsmöglichkeit haben, Ihr Lehr- und Lernmaterial zu präsentieren, auch in geschützten Bereichen, denn Sie können die Webseiten nur durch ZDH-Login zugänglich machen. Eine weitere Möglichkeit wäre auch noch die Veröffentlichung eines Podcasts. Interaktion und Organisationen, der zweite Teil, hier sind Videokonferenzen natürlich angezeigt, BigBlueButton, GoToMeeting oder Zoom an der TU Dresden. Sie können in kleinen Gruppen via Jitsi chatten oder mein Tool für das Windows-Semester wird your tribe sein, das ich an anderer Stelle schon vorgestellt habe. Messenger-Chats, Messenger werden eine große Rolle spielen. Ich würde hier auf Element ehemals Matrix setzen und dann brauchen Sie natürlich noch Tools zur Kollaboration. Also entweder setzen Sie auf Etherpads oder Crippads, die auch in Matrix-Elements integriert sind, auf die Kami-App, Google Docs, wenn es sich nicht vermeiden lässt und Miro. Achten Sie vor allem bei diesen kommerziellen Angeboten darauf, dass keine personenbezogenen Daten gespeichert werden. Feedback. Hier bieten sich Etherpads, Crippads genauso an wie Google Docs oder Microsoft Forms, Google Forms, sowie InVote an der TU Dresden. Das ist ein Abstimmungstool, das dort zur Verfügung gestellt wird. Und wenn Sie es ein bisschen professioneller gestalten wollen, nutzen Sie Mentimeter. Für die Information schlussendlich bieten sich dieselben Formate an wie für Interaktion und Organisation. So, jetzt noch zu einem ganz zentralen Punkt an dieser Stelle. Bild- und Tonaufzeichnungen in Lehrveranstaltungen dürfen Sie nur vornehmen, wenn Ihnen die Einverständniserklärungen der Studierenden vorliegen oder wenn die Studierenden in Bild und Ton nicht zu sehen sind. Das stellt uns vor erhebliche Herausforderungen und deshalb sei Ihnen angeraten, dass Sie bitte unbedingt vor Semesterbeginn eine Einverständniserklärung der Studierenden einholen, dass Bild- und Tonaufzeichnungen gestattet sind, sowie ein Teilen dieser Bild- und Tonaufzeichnungen in den sozialen Netzwerken. In sozialen Netzwerken zählen Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter dazu. Eine Vorbereitung dieser Einverständniserklärung wird im Moment angestrebt, indes sie ist noch nicht in Sicht, aber sie drängt sehr und ich hoffe, dass wir Anfang Oktober eine solche, spätestens Anfang Oktober, eine solche Einverständniserklärung anbieten können, die dann TU-weit eingesetzt wird. So, ganz kurz jetzt also zu diesen Phasen. Also wir haben das Input-Video und den Audio-Input als asynchrone Form der Wissensvermittlung. Diese sollten im Seminar selbst platziert sein, zeitlich, aber vorproduziert und vor allen Dingen über die einzelnen Seminarsitzungen hinaus für Studierende verfügbar sein. Wie gelingt das? Ich habe Ihnen hier als Beispiel angegeben eine Testseite, die ich eingerichtet habe, die Präsentation Digitale Lehre. Das ist ganz einfach eine PowerPoint-Präsentation als Grafiken abgespeichert, sodass Sie jeden einzelnen Slide als Grafik hinterlegt haben. Diese können Sie in eine Bildbox integrieren auf Ihrer offiziellen Webseite der Professur und dazu ein Audio-File einbetten, also ein MP3-File, sodass Sie auf der Webseite der Professur den Lehrinhalt sofort präsentieren können. Das ist eine sehr einfache, sehr schlichte und dennoch sehr adäquate Form der Wissensvermittlung in einem asynchronen Format. Und das Schöne ist, Sie haben dann diese Form der Präsentation auch nachhaltig abgelegt im Kontext Ihrer Professur und nicht in einem Web-CMS wie zum Beispiel, also nicht in einem CMS-System wie Opal. Das Nächste ist, und das favorisiere ich, das ist mein Tool, das ist YouTube aus ganz verschiedenen Gründen, die hatte ich schon erwähnt. Überlegen Sie bitte, ob Sie das nutzen wollen und möchten. Neben diesem Hosting-Service ist auch Magma an der TU Dresden verfügbar und es soll eine Implementierung dieses Dienstes in den Videocampus Sachsen geben. Das ist im Moment Prüfung letzter Stand allerdings noch nicht möglich. Also schauen Sie jetzt, nutzen Sie diese Zeit, um sich schon einmal hier vertraut zu machen mit den Optionen, die Sie haben, nur so viel. Sie können Ihre Inhalte auch auf YouTube unter CC-Buy-Lizenz stellen. Sie können sie als nicht gelistet markieren, womit Sie der Öffentlichkeit nicht sichtbar sind. Und Sie haben natürlich zahlreiche Möglichkeiten der Vernetzung, Verknüpfung, Einbettung. Zum Beispiel in BigBlueButton können Sie von YouTube direkt Videos einbetten, um sie im seminaristischen Kontext zu präsentieren. Kommen wir zu den Synchronbestandteilen. Und hier hatten wir bisher Chat und Videokonferenz als Möglichkeiten, um miteinander zu interagieren. Aber es fehlt eigentlich noch ein zentraler Punkt, nämlich die Tools, mit denen ich Informationen, wo ich Informationen ablegen kann und vor allen Dingen auch kollaborativ arbeiten kann. Darauf werde ich jetzt noch zu sprechen kommen, denn darauf kommt es mir im Wesentlichen an, dass Sie eine gemeinsame Wissensbasis aufbauen, die dann auch leidlich stabil läuft. Die sichere Variante, das heißt auch die, die datenschutzrechtlich vollkommen unbedenklich ist und die durch die TU Dresden auch unterstützt wird, ist die Kombination aus Element, Klammer Matrix und CripPad. CripPad ist eine Office-Umgebung, wie man sie von Microsoft Office oder auch von der Google Suite her kennt. Allerdings von Ende zu Ende verschlüsselt und Sie haben hier die Möglichkeiten, Textdokumente anzulegen, gemeinsam zu bearbeiten. Sie können Präsentationen gemeinsam anlegen, können Umfragen starten, kann man es realisieren, haben ein Whiteboard integriert und schließlich auch nur die Funktion von Excel. Größtes Problem an CripPad ist, Sie haben keinen Änderungsmodus. Das heißt, Sie können an gemeinsam erstellten Texten nicht nachvollziehen, wer wann welche Änderungen übernommen hat. Wenn Sie das brauchen, würde ich Ihnen empfehlen, auf Google Docs zu setzen, dort allerdings wieder darauf zu achten, dass Sie bitte keine personenbezogenen Daten teilen, sondern zum Beispiel eine Analyse vornehmen. In diesem Kontext wäre auch zum Beispiel noch die Kami-App zu nennen. Kami-App ist ein Tool, mit dem Sie kollaborativ PDF-Dokumente annotieren können. Das kann zum Beispiel für die geisteswissenschaftlichen Studiengänge Thema Literatur, Interpretation oder Annotationen von Gedichten oder Quellenannotationen im Bereich der historischen Wissenschaften sehr, sehr interessant und relevant werden. Informieren Sie sich da, Kami-App ist dann Ihr Tool. Videokonferenz für den Austausch haben wir in Dresden mittlerweile eigene Jitsi-Server stehen, die auch in den Element-Gruppen integriert sind. Das heißt, hier haben Sie die Option, miteinander zu sprechen. Meine Tools sind daneben aber YourTribe und Miro. Das heißt, ich benutze nach wie vor Element als den zentralen Hub, also den Messenger und würde aber gerne in der Lehre im Wintersemester YourTribe einsetzen und das kombinieren mit einem Miro-Board zu den jeweiligen Seminaren. Problem daran ist, Miro ist nicht kostenfrei. Das heißt, hier setzt man auf private Lizenzen. YourTribe ist im Moment nur im Beta-Status, sodass es ganz schnell passieren kann, dass ich auf diesen Stand zurückkehre. Nichtsdestotrotz möchte ich es gerne probieren und halte diese beiden Tools YourTribe in Kombination mit Miro für im Moment die besten und adäquaten Optionen, um seminaristische Kontexte zu gestalten. Wenn Sie das interessiert, zu YourTribe habe ich einige Videos präsent, zu Miro selbst noch nicht. Allerdings würde ich das sehr gerne im Verlauf des Semesters ausprobieren und dann ein entsprechendes Video Ihnen vorlegen. Für beide Tools gilt, dadurch, dass sie auf dem freien Markt verfügbar sind, Assets benutzen, die entweder Microsoft, Google oder anderen US-amerikanischen Konzernen gehören, setzen Sie diese bitte sorgsam ein und vor allen Dingen achten Sie darauf, dass es nicht zum Teil in personenrelevanter Daten kommt. Es sei denn, Sie haben so etwas wie eine Einverständniserklärung, ich sagte es bereits, die sicherstellt, dass Studierende damit einverstanden sind, dass ihre Bild- und Tondaten zum Beispiel von Dritten unbefugt aufgezeichnet werden können. Das können Sie nie ganz ausschließen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, soll es für heute gewesen sein. Das digitale Semester steht unmittelbar bevor. Aus meiner Perspektive kann ich nur sagen, dass ich mich doch ein wenig darauf freue, auf die neuen Möglichkeiten und bin sehr gespannt auf die seminaristischen Diskussionen, die sich über Element ergeben werden. Ich möchte noch einmal dazu aufrufen, darüber nachzudenken, wie die logistischen Herausforderungen zwischen Hybrid- und digitaler Lehre aussehen könnten, also der Wechsel zwischen Präsenz-Digitalen Lehrformaten und Hybriden-Lehrformaten, der für die Studierenden mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein dürfte und hoffe, dass Sie mit diesen Anregungen, die ich Ihnen heute hier präsentiert habe, zumindest neue Impulse und Ideen für die Gestaltung Ihrer Seminare im Wintersemester mitnehmen. Nur so viel noch einmal, sicher an der TU Dresden sind die Kombination dieser beiden Umgebungen für die Realisierung von Interaktion und der gleichzeitigen Ablage von Daten, die man gemeinsam kollaborativ bearbeitet, also Element, Crip Pad in Kombination mit Jitsi als Videokonferenz. Da können Sie auch jeder andere nehmen, also BigBlueButton, GoToMeeting oder Zoom, an die wir uns gewöhnt haben. Und wenn Sie Gelegenheit haben und das möchten, werfen Sie mal einen Blick auf YourTribe und Miro. In diesem Sinne bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.